Musik Habt ihr auch die Klagemauer gesehen? Ja, das ist nur überhaupt nicht unsere Art zu klagen, wie du ja weißt, ne? Klob! Das war Humor für Fortgeschrittene, Rashid. Papa, wenn das wirklich witzig wäre, würden wir mitlachen. Verstehst du, angeblich sind wir alle Franzosen. Aber ständig geht's um unsere Herkunft. Dauernd fragt man uns nach unserem Migrationshintergrund. Wir haben es nicht so leicht in Frankreich. Und das ist für die Erdnüsse und den italienischen Rotwein. Ha! Italienischer Rotwein mitten in Paris! Unsere Schwiegersöhne lieben Frankreich nicht mehr. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie es wieder lieben. Wir haben das alles für uns arrangiert. Selbst wenn sie getrickst haben, hat mir das Wochenende gefallen. Wenn wir heiraten würden, dann könntest du in Frankreich bleiben. Viviane will heiraten, das ist ja toll. Ja, gib nur einen Haken. Viviane steht auf Frank. Ja, das weiß ich doch. Ja, aber mein Papa nicht. Bonjour. Das ist... Papa, ich lass endlich dieses verdammte Theater! Du brauchst mir wirklich keine Predigt zu halten. Oder soll ich dich an unsere letzte Hochzeit erinnern? Es lebe das Brautpaar auf unsere Familie! Aufmerksamkeit! 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 Bis zum nächsten Mal.